Herzlich Willkommen zurück bei Rocket League Hier auf dem Kanal von Rebellchen Habauken Ich bin der Frittenfrisör, das muss ich ja nicht dazu sagen Weil jemand anderes steht da eh nichts los Und herzlich Willkommen auch beim Lieblingsnub Konrad Ja Halli 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 und ich bin euer Lieblingsnub Konrad Und wir spielen heute Rocket League Ohne TS ist noch der Roach mit dabei Und da kommt vielleicht noch der Zlinferno Und AKG Da ist noch jemand Vielleicht kommt ja auch der N Ich glaube nicht So wir spielen 2 gegen 2 Ja Mama Renket Ach du suchst schon, ach super Was ich? Ne kanns ja gar nicht, ich bin ein Gruppenführer Du bist der Führer Leute 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 Im halben 2 Uhr nachts Das macht mir ein bisschen Angst Aber ich muss es jetzt auch nicht Gut Muss ja sagen Der Konrad und ich sind irgendwie ein Team Das zusammen gut harmoniert Ich weiß nicht warum Hoffentlich geht das jetzt nicht gleich in die Hose Wenn du es so sagst Das wäre typisch Auch weil es bis jetzt immer in die Hose ging Wenn ich aufgenommen habe Oh ich hätte vielleicht mal Minecraft im Hintergrund ausmachen sollen Dann würde es vielleicht nicht so ruggeln Ne Minecraft ist super Ja Vor allem wenn du das mit 1000 Mods laufen hast Was geht ab? Ach ja Okay an den haben wir jetzt gar nicht gedacht Hallo Clorex Hallo Wir nehmen gerade Rocket League auf Bisschen Hier Ja das geht gut los Ja ja der Mülleimer Das ist sehr großartig Ich grüße alle die mich kennen Hallo Clorex Ja ich war auf Toilette Dann war ich geduschen Dann habe ich mir nochmal was zu essen gemacht Und habe dabei Videos geschaut Das um halb 2 Uhr nachts Das ist ein überaktiver Kind Er ist noch richtig motiviert Ach Sebastian Mensch Jetzt könnte ich schon wieder was essen Boah ich könnte schon wieder Sachen machen Oh ich habe ja eine Pizza im Ofen Ist mir eingefallen Achso ich dachte die hättest du schon gegessen Ne Meinst du es reicht noch bis nach der Partie oder? Hm Vielleicht ist es schon ein bisschen schwarz im Ofen Ich wurde in Steam angeschrieben Aber ich kann es nicht sehen Das ist traurig Bei Steam irgendwie rum Weiß nicht was Steam gerade hat Aber ich sehe Steam nicht Also kann er gerade nichts machen Aua Ja wenn nicht mach schnell ein Tor Und dann kannst du rausgehen Und nach der Pizza gucken Oh jetzt habe ich keinen Boost Na jetzt wo ich ihn brauche Rest habe ich allein Ja das Spiel wird die Pizza schon noch überleben Ist eine Salami Pizza Die darf ruhig knusprig sein Leute Allein Wird ihr eins gegen eins oder? Zwei gegen zwei Aua zum Früh gesprungen Ich glaube eins gegen eins Zwischenkommen hat und mir wäre ziemlich langweilig Och warum? Weiß nicht Weil ich wahrscheinlich ziemlich defensiv wäre Und du wärst nur am dribbeln und ständig am anlaufen Dann würdest wahrscheinlich du einmal durchkommen Und ich würde einmal aus der Entfernung so ein Typisches Ding machen Und das was dann Es ist nicht Ihren Ernst Ich streame ja vielleicht drei Stunden Oder länger Und wenn ich auf bin Kriege ich einen Follower Ja siehste mal Follower warst du gut Vielleicht hast du beim Duschen mit dem Spinner Ich glaube auch Da hat sich noch jemand im Nachhinein so überlegt Eigentlich war das Spiel noch ganz gut Ich grüße noch alle die mich kennen Ich auch Und vor allen Dingen auch mal Oder welche Aber auf dem Kanal kennen mich bestimmt nicht viele Willst du dein Video schneiden Konrad? Auf dem Konrad Kanal kennen mich auch nicht viele bestimmt Woher auch? Was meinst du Knurex? Nichts War schönes Tor Auch ein bisschen wenig Gegenwehr Aber das macht ja nichts War halt keiner Danke Deiner Konrad Ja Gerne Klorex spielt Rock of Age Fuck Oh nein Jetzt schießen die sich gegen Bei den Blumen Wow 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 Habt ihr schon mitbekommen Dass beim Start Ne neue Musik kommt Vom Rocket League Ja ja Das ist schön ne? Ja Das ist nach dem Update Rögi Rögi Hast du bei dir auch gerade so gerockelt? Ja Ich glaube nach dem nächsten Tor Muss ich doch mal an meiner Pizza gucken Wow fuck alter Das ist ruckk Er ruckelt hier voll Wer von euch beiden nimmt auf wenn ich fragen habe Beide 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 Toll Nein Oh Ich guck mal nach der Pizza Ja guck mal nach der Pizza ich kann gerade so gut wie gar nicht spielen ey Ich grüße alle die mich kennen Ich grüße alle die mich kennen Hast du schon mal Tschüss Tschüss Warum ruckelt das so Leunzen Ich bin FFG 4 Oh bin wieder da Der hat einen gerade noch akzeptablen Bräunungsgrad Alter Geil Aber die Zeit hat jetzt nicht mehr gereicht um sie aus dem Ofen zu holen Ich kann gerade nicht spielen ne Ich kann gerade nicht spielen ne Ich kann gerade nicht spielen ne Ich kann gerade überhaupt nicht spielen irgendwie Warum nicht Ja weil es so heftig am ruckeln ist Ja bei mir ruckelt es auch ein bisschen aber das liegt eher an dem Minecraft was ihr da noch laufen habt Oh Oh nein Nein Lad ich nicht hoch Lad ich nicht hoch Vielleicht werde ich das mal dann formatieren Okay das war jetzt Da war jetzt nicht nur das Vorkenschuld Das war auch schlecht aber Nein Hör da fehlt so ein Mana Ding Oh Mana Alter wie ich den gehalten habe Will ich vielleicht speichern Oh Oh Das gibt es nicht Na toll Genau dahin solltest du nicht unbedingt fliegen I wanna fly Fly I wanna fly I just wanna fly I just wanna fly I wanna win it Oh Gott Ich bin nur nicht warm Nee Aber das ruckeln hat aufgehört immerhin Sondern kalt Ruckeln hat aufgehört bisschen Oh Gott ey Hör schon lag einer aufgehört Alter Ja bei mir ruckelt es auch nicht mehr so dann lag das so nicht an Minecraft Wo er zu sagen am Spiel Weil bei mir hat er auch die ganze Zeit Also waren schon die FPS-Zeit nicht irgendwie runtergebrochen Vielleicht am Server Könnte sein Aber dann wäre es wiederum bitter Weil da haben es die anderen ja auch gehabt Das wäre keine Ausrede mehr Richtig Ich leg mich jetzt ins Bett Okay Hab ich dir das erlaubt Das war echt noch viel Spaß Tschaui Danke 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 Oh Na gut Wieso ist denn einer schon bei uns schon wieder ab So jetzt muss ich kurz die Pizza aus dem Ofen holen Ja Dann gut Ich gehe in die Pizza aus dem Ofen Das ist gut Ich gehe in die Pizza aus dem Ofen